Ja, herzlich willkommen auf dem Kanal von Once Us Killer hier zu einem weiteren Video und zwar spielen wir heute Call of Duty Black Ops 3 Breach auf der Map Stellung, ne andersrum, Stellung auf der Map Breach, mit dabei heute Loris, Treif und Käpt'n Fliege gegen, äh ja ein paar Gegner halt, ähm wie gesagt Stellung und wir schwitzen auf die Stellung, wir scheißen auf KD und alles sowas, wir spielen halt, oh nie Stellung, oh das gegnerische Team sieht eigentlich, obwohl ne, es sieht eigentlich laxig aus, ich finde immer die Charaktere, wir spielen immer die größten Noobs hier, die sind Anhiliator und sowas, aber naja ok so, ihr seht hier rechts die Schnellen Diamanten bitte die Schnellen mag, oder? Flächen ok Junge, Stellung ist rechts, Stellung ist rechts, ich flank, ich flank, ich flank ja, wir sind ins, wir drinnen ok, ab, ab rechts, ich flank, ich flank, ich, ich halte Mitte, ich halte Mitte hab zwei Mitte, hab zwei nein mich hat einer geholt von der Mitte können die nicht kommen ich stehe ziemlich perfekt, Gott ja ok Willi, dann geil die da alle passt ey, die Spawns weg sind wahrscheinlich jetzt schon hab ihn, hab ihn, hab ihn boah, Junge, ich hab die ganze Zeit, oh Mann ja ja, er klassiert mit der Argus nicht, Mark, auf nächster Stand nein, von hinten oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott der kann's nur verkaufen Willi, Willi fiff mir mal bitte sag, wenn ich nachrücken kann ich den Drohne Drohne aktiv, ey, was ist los? oh ok was ist los, Freunde? oh da ist eine Wall Run einer ist Wall Run äh, Wall Run ok, ich geh schonmal zur nächsten ich geh schonmal zur nächsten ja, ich, ich, ich schau auch ein bisschen vor mir schon gleich abzuschauen ja mach 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 oh was? bin bei der nächsten, bin bei der nächsten bin drin, bin drin, bin drin bin drin, bin drin ich kann ihn bekomme ey ja komm, 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 ich brauch euch ich brauch euch ich muss hier noch warten, weil ich auf die Range bin hab ihn, hab ihn, hab ihn ok, Hellstorm kann ich bald raushauen ey, die spawnen da oh, Digga ja, war's Leidtum, Mann nein, er holt mich ok, komm Jungs, einer von hinten nein, 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 nein die holen sie jawohl, pass auf, pass auf na, komm, komm, komm nice, wichtig wichtiger Kill Double ey, ich deck hier so ich deck von hier so, ja ey, ich leg mich einfach rein ja, ich deck von hier oi, oi, oi da will ich blau wir haben das isoliert, du brauchst da nur liegen du brauchst da nur liegen, wir haben's isoliert Alter, das ist eigentlich voll die OP versteck wir verteidigen eigentlich gerade da außen rum alle ja wo ist die nächste? ey, wo ist denn die nächste? ey, die ist wahrscheinlich Zempi war schluss schonmal ja, wohin? ich weiß nicht, wohin genau, wahrscheinlich na fuck stimmt, Mitte, Mitte, Mitte alle, Mitte, alle, Mitte nein, da gammelt ja noch einer ach man, den hab ich gerade gesehen ok, ich bin gleich da oh, Alter Alter, das ist einfach nur probier kurz den Spawn nehmen bin drin, bin drin ich brauch aber Hilfe ich brauch der Spawn ist hier kürzer ich bin weak, ich bin weak na warte, ich geh in den Spawn von denen einer oben, einer oben da, da oben, den ist eigentlich weg den kann ich wegslägen ja ok, den hab ich ich bin drin, ja, kann noch einer reinkommen? ok bin drin ja, warte unten ist einer oben ist einer ey, Schwebelladung, Schwebelladung weg, weg, weg ey, guck mal nein ey, ich lebe noch ich bin aber drin, ja ihr müsst jetzt die finden ja, ihr müsst die langen Wege gucken ich hab nur vmp Alter, die sind alle da hinten ich flanke, ich flanke ja, was? ey, ist der Scherz ey, ist der Scherz ey, einer von links, L kommt von links oh, da war auch oh, nein, hätte ich ihm da dann gegeben einer wall one, einer kommt wall one nein, fuck, sie hat mich pass auf, da kommt einer da kommt einer rein nice, nice, nice wo ist die nächste, ey, Double nein ah, fuck, fuck, egal, egal, egal komm, weiter, warte ah, was waren zu viel denn ja, okay, da stimmt, stimmt, stimmt okay, bin drin, bin drin Alter, ich hab jetzt schon fast zwei Minuten, ne okay, warte, da kommt Stolpermini hin okay, ich hab lang, ich hab lang ich hab langer Fluch Alter, Zimpy, guck mal, guck mal ja, wo bist du oh mein Gott alter, wenn ich von so jemanden geholt werden würde scheiße alter, das ist wie dieses eine Ding im Spawn von Solar also so oh nein nein oh man ey okay, ich hab lang, ich hab nee, langer Fluch war das andere oh, der lebt was, der lebt noch kommt, Leute, verteidigt, verteidigt hä, ey, er hockt am Headlineschiff grauen, alter ja, die sollen jetzt mal herkommen die trauen sich ja nicht mal oh, ja, nur im Todesrecht nein, ich fall von der Map, alter bin ich behindert ja, lass hier bleiben, oder die nächste ist hier, Tralf, lass hier bleiben ihr haltet doch nur kurz, oder? lass hier bleiben, Tralf ne, ich bin drin ein bisschen hier, hier, im Spawn eyy oder ich weiß nicht oder sie ist wieder da ne, ich oh, fuck ich hab sie, ich hab sie ne, 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 ich hab sie ich hab sie, ich bin aber grad alleine hier ich brauch ein bisschen Deckung nein, von oh mein Gott oh nein, von oh nein nein nein, oh mein Gott drei Leute, drei Leute kommt, kommt, kommt rein, 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 nice nein, ich hab, zwei hab ich geholt, aber ja, kommt rein ja, hab ich, hab ich beide, kommt, Tralf geh rein, geh rein, geh rein, Mann ey, der war so süß, oder? ja, wir gehen jetzt alle rein ja, warte, ich renn rum nein, nice oh, die spawnen hier nein, die spawnen da hinten ja, ich hab, ich hab, ich hab wir müssen den Spawn da wegnehmen, weiter ja, holt den Anchor, holt den Anchor holt den Anchor einer von links, einer von links wir spawnen hier, ist okay, wir haben den Spawn nice kommen wir die Füße bringen wir hier? ja, warte, okay, hier kommen jetzt welche Scheiße, einer rennt rum, einer rennt rum m'kay, äh, Double verteidige, du da obwohl, von hinten hast du sie, Lore, da ist noch einer nein, 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 nein nein, du Buchensohn Junge, ist der Kumpel da kommt noch einer, da kommt er ich runde ihn mal ja, wieviel schluckt der an oh, oh, Double rein oh nein, scheiße, neue Stellung was? nein, Feinde haben die Stellung nein, Feinde haben ich bin dran ich bin dran fuck, 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 fuck ah, ja, okay, ich bin auch da warte, hier ist Stolpermine hin ja, Junge, was sollen sie machen ja ok, damit ist das Spiel vorbei, meine Freunde Alter, blöde 250 zu 13 das freut der echte Tino ist direkt mal gequittet kleine Lappen und, ähm, ja, ich glaub das war auf jeden Fall mal ein anschauliches Game ich glaub insgesamt so diese Schwitzer-Stellungs-Gameplays sind glaub ich mal ganz relativ anschaulich würd ich sogar mal sagen und, ähm ja ich hoffe natürlich das hat euch gefallen als kassative Kritik da und wir sehen uns im nächsten Video bis dahin haut da rein tschüss